Ja, hallo. Oh, hallo. Ja, genau, hallo. Und ich sage auch hallo. Ohne Toilette sagt wieder mal zu einem nächsten Video bei BH. Ganz genau, wie immer. Ja, und wieder an, jetzt ja. Heute ist es wieder mal so sehr sehr. Es ist ja Zeit, dass wir hier bei Mario Tennis spielen. Ganz genau, das nächste von Mario spielen. Oh, das ist ja was, ja. Das Spiel ist ja was, die in Mario Tennis spielen, oder? Ganz genau, es sind zwei Personen, die an den Tennis spielen, die gegenseitig kämpfen bei Halloweensie. Oh, aber wer ist es? Tja, Sabatolele, kannst du es mir sagen? Natürlich doch, Pitzkopf. Ohne das Wort. Also, Daisy, Rosalina, ihr hattet schon mal letztes Mal gekämpft, stimmt's? Äh, ja stimmt. Ja, stimmt. Wieso? Oh, heißt das etwa wohl? Wir beide spielen, ganz genau. Du und Daisy, ihr spielt alles Taten. Hier, Mario Tennis. Oh, das ist ja wirklich interessant sehr. Ach ja, ich erinnere mich genau, Rosalina. Als du mir, mir geht mir in dieses Fußballspiel mal gewonnen hast. Oh ja, das war schön gewesen. Hm, mir war das nicht so schön. Also, ich fand das auch sehr schön. Ich, ich habe natürlich was, dass sie gewonnen hat. Äh, nein, dass es mir als beiden sehr gut gefallen hat, meines. Oh Mann, was war es mit Opa's Saft? Na, das ist doch sehr wunderschön, Daisy. Du und Rosalina, ihr spielt wunderschön in Mario Tennis sehr. Ganz genau. Und das wir hoffen, ihr so wissen. Wer wäre was, wenn wir ihnen dieses Bier mal gewinnen? Natürlich wäre es, ist sein. Ich werde gewinnen. Und das werde ich auch. Hm, naja, das werden wir so sehen. Aber natürlich, ich glaube, Rosalina, das hat das bestimmt nochmal zu sagen, so ping. Na, hallo, Halloween, sie. Hm, also ist es trotzdem, sei es dir. Geht das Bier jetzt dann los? Aber natürlich geht's dann los. Also, ich will also, dass sie auch sehr gut, sehr winst kriegen, bei uns beiden. Ja, bei uns seht ihr auch sehr. Viel Glück in eurem Tennisbier, absolut. Okay, viel Glück, Rosalina. Ich weiß, dass du ein bisschen da saft. Oh, danke sehr, Halloween, sie. Hm, ich werde ein bisschen bei Tod. Ja, und siehst du abends, dass ich es auch saufen kann, Opa's Saft? Ja, 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 okay, okay, ja, ich weiß, dass du es auch saufen kannst. Okay, ja, okay. Ja, also geht hier los. Hier kommt hier das Bier von Mario Tennis, die sie geht in Rosalina. Achtung, hier kommt es. Wir gehen jetzt an, jetzt. Also, ich bin so näher bei den Spiel. Also bin ich da. Wo bist du, Rosalina? Ich bin neben dir. Hier bin ich. Sehr gut. Bist du wahr, dass ich sie es sagen kann? Ja, absolut sehr. Also, ich bin bereit. Hab. Na, sehen wir mal. Was für andere Nahina wollen wir als erstes nehmen? Hm. Na, sehen wir mal. Ich nehme, ähm... Wollen wir die erst mit der Wiese spielen? Mit der Wiese? Okay, aber eines ist es kein Feeling mehr. Es ist jetzt Herbst. Herbst, ja. Aber trotzdem, es ist so egal, was ihr nehmt. Ja, zweit hast du es. Also, der erste Kampf geht hier los. Daisy. Gegen Rosalina. Danke sehr für Halloween, das ist der Satz. Also, fühlen Sie euch viel Glück, ihr beiden. Danke sehr. Hier in den Himmelsenwiesenkampf. Hier kämpfen die, die kämpfen. Ab dieser Seite hier ist... Daisy. Ganz genau. Da bin ich, ha? Yeah. Ich bin hier. Und wo bist du, Selina? Hier komme ich dort. Wo? Na hier. Luna holt mich. Ach so, dein Sternchen natürlich. Ja, ich glaube, Luna seht jetzt hier auf. Danke sehr, Valoindsi. Aber jetzt ist es gekommen, dass sie es will. Also, der Kampf geht jetzt los. Daisy hat erst in den Ballen. Okay. Ha, geht los. Oh nein, oh, das war knapp. Ein Kampfspiel, wie es aussieht. Der erste Punkt geht jetzt an Daisy. Ja. Mein erster Punkt. Siehst du, Selina? Ich bin sehr gut im Tennis. Na, das werden wir so sehen. Na komm, Rosalina, kick doch auf einen Punkt. Natürlich kick es doch bald eins. Ja, siehst du, da ist mein Tennis in der Punkt für mich. Oh man, Daisy ist doch gut. Aber Rosalina ist bestimmt auch bald gut. Na, wir werden das so sehen. Aufgepasst, hier. Oh, oh. Vorsichtig, Daisy. Der Ball kann überall sein. Oh nein. Ah, jetzt hat Rosalina jetzt den Punkt. Gut, Rosalina. Ja, danke sehr. Aber dieses war für es nicht dabei. Haja. Gut, hier. Oh. Oh, das war knapp. Oh, das auch. Gut, helfen. Naja, ich habe den sehr nicht gekommen. Aber auf jeden Fall habe ich einen viel Sinn in der Punkt. Sehr gut, Daisy. Danke sehr, Pete. So. Der Spearball kommt. Okay, Spearball geht los. Oh, der Seon. Warte mal. Wo ist es hier? Oh, fahrbar aber nichts. Ah. Ah ja. Wo ist der Seon? Ah, hier. Oh nein, das war alles nichts. Teilsitz zu 14. Die Rosalina hat den Punkt. Daisy, benutze die Attack-It. Die Attack-It? Ah, die. Das hier ist. Aufgepasst, Rosalina. Hier kommen die. Danke für den Tipp-It. Vorsicht, Rosalina. Ah, ich habe es doch getroffen. Aber sie hat mich zwar was erwischt. Na, warte. Du fuhlst mich nicht ein. Ja, der erste Punkt geht an Daisy. Sehr gut. Na, da hast du nicht. Schau, dass sie den Slicker nicht geschlagen hat. Sonst hätte sie sofort einen Punkt gekriegt. Jetzt kommt der Seitenwechsel. Okay. Jetzt hat Rosalina den Ball. Hier kommt's, Rosalina. Daisy, ich komme. Ah. Vorsicht. Daisy, bevor Rosalina den Slicker stört. Ich fasse bis gut auf. Gut, das war auch gut. Und das bedeutet, da ist mein Wissen der Punkt. Siehst du, Rosalina? Mein Slicker ist auch nicht geplatzt. Ja, ich habe das gesehen. Wie kann das denn sein? Na, du weißt ja. Wenn sie super Attacken haben, haben sie dort. Aufgepasst. Hier kommt so wieder meine Attacke. Und dieses war Kegisis. Ha, jetzt habe ich es. Ein Slicker wurde verstört. Das ist mein Teilshinterpunkt. Oh nein, Rosalina. Daisy hat dir dein Slicker geschlagen. Ja, und das war mit meiner. Tuckett. Tuck, habe ich sie einfach geschlagen. Oh, ja. Sieht ganz schön aus. Aber keine Sorte. Ich habe da nur eins. Oh Mann, warum bin ich das weitergegangen? Keine Ahnung. Einfach nur so. Aber guck mal, mein Wissen der Punkt. Ja. So wieder hast du eins gekommen. Mit zwei. Los geht's. Gut. Oh, das war knapp. Und nein, das war noch nicht. Mist. Ja, Daisy hat jetzt den 15 Punkt. Also, Selina meines Werkes hat es erst 14. 50 Punkte und du, Selina, 14. Na ja, egal. Achtung, hier kommt's. Oh nein. Eins wurde verstört. Und nein, der ist so wieder durchgegangen. Ja. Teilshinter so viel es ist, wie es ist. Komm, Selina. Ich saff das noch bestimmt. Gut. Wo ist es? Hier ist es. Oh, gut. Und? Gestab, Daisy. Ja, ich habe es gestab. Oh, das war noch gut gegangen. Ja, und das wird auch gut an, ganz erst. Daisy, du hast den ersten Kampf gewonnen. Oh, ja. Das habe ich. Oh, na ja. Wenigstens hat Rosalina auch voll Tefer gehabt. Und ein Säger wurde sie verstört. Ja, Gott sei Dank. Also, nur ein Teil hatte fast verstören können. Hm. Na, komm schon, Rosalina. Gib doch nicht auf. Das hafst du doch bestimmt. Ja, genau. Du hast hält, Valo, Winsie. Das war der erste Kampf. Und jetzt kommt der Seite von uns beiden. Und dieses was habe ich bestimmt noch mal. Ich bin sehr gut die gute Tennis-Sägerin, kann ich dir sagen. Ja, bist du auch. So. Also, was bedeutet, wer gewonnen hat oder wer verloren hat, kriegt die Nachhine, oder? Egal. Egal. Also, na, ist es egal. Okay. Dann nehme ich die Nachhine. Und ich weiß auch, ob eine Nachhine, was ich gut mag. Na ja, dann zeig es uns, Daisy. Ah, du hast die Nachhine, die Ohans nachhine ausgesucht. Ja, aber es liegt an, Ohans ist doch meine Lieblingsfarbe. Na ja, und hier sind sie, die doch hier sind. Da bin ja ich. Ja, wir bin ich wieder. Ohne Prinzessin Daisy. Und hier kommt es auch mal geflogen. Prinzessin Rosalina. Natürlich, wir sind doch beide Prinzessin. Genau wie meine Pieps. Oh, bitte, Mario. Na ja, Herrkei. Lassen wir mal beginnen, Daisy. Okay, ich bin auch soweit. Gut, ich habe den Ball. Und hier kommt es. Oh, gut so, Rosalina. Das war gut. Ja, danke. Aber guck mal, mein erster 15. Punkt habe, wer ist. Vergiss es. Ich habe die Nachhine gewonnen und die Nachhine gewinne ist. Na ja. Komm, Rosalina, es habe es. Ich werfe doch, siehst du. Oh, das war aber nichts. Okay. Oh. Oh, Rosalina, ich glaube, du warst zu spät gewesen. Der Ball war leider schon unten. Oh ja, es sieht ganz schön aus. Wieso da war alles unten? Warum war Wasser nicht schnell gewesen, Rosalina? Keine Ahnung. Oh, das war knapp. Oh, nein. Du testest mich niemals. Ja, jetzt ist der fersende Punkt wieder. Und sieh doch, Rosalina kickt bestimmt kein einziger Punkt. Natürlich kickt sie doch bestimmt einen Punkt. Sie muss doch nur noch werfen. Aber guck mal, hier ist schon das Bierball, Waluwinsie. Von den beiden. Ja, ich sehe es. Also, hier kommt's. Au, verflixt. Ein Teil wurde abgelissen. Rosalina, mach das auch. Oh, okay, wenn du das sagst. Hier. Au, verflixt. Hild hat ein Teil verloren. Aber guck mal, Rosalina hat jetzt den 15er Punkt. Sehr gut. Oh, Mist. Noch keine Sorge. So weit, weil es ist bald so weit mit den Spierballen. Der Spierball kickt weit an mir. Siehst du, hier ist mein Punkt. Ja, wir sind Stacey. Oh, Mann. Ja, 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 das sagst du. So, der Zeitwechsel kommt wieder. Und das bedeutet, Rosalina hat den Ball. So, wer willst du wissen zu schaffen? Daisy oder Rosalina? Natürlich, wer das ist. Ha, ja, und erst dann krieg ich wieder mal den 15er Punkt. Ja, das kriegst du immer so. Oh, oh, nicht so. Ach, doch nicht, es kommt wieder. Vorsicht, Daisy. Was denn? Oh, nein, du hast nur einen Teil da, dann ist der Säger verstört. Aber guck mal, ich habe jetzt noch meinen Teil 10er Punkt. Sehr gut. Na ja, jetzt ist der Punkt. Bei mir. Oh, wo ist es, Daisy? Natürlich. Oh, da war doch der Stern. Wartet. Auf die Frage war wohl nichts. Oh nein, das war zu schnell. Na, warte. Da ist es. Gut. Gut so, der war gut. Sehr guter Wurf, Daisy. Na, wenigstens ist Rosalinas Säger nicht verstört. Ja, das hattest du gedacht. Einige wollen es den Säger verstören. Na ja, egal. Hier ist jetzt wieder der Metzball. Komm, Rosalina, ich werde doch... Du werfst. Okay. Ach, don't you, Daisy, hier kommst du. Was? Was war passiert? Oh nein, das war bis in der Kopfnuss. Irgendwie hast du die Töne nicht gut geworfen, Daisy. Wirklich? Oder der hat dich getroffen? Oh, egal. Oh nein, das kriegst du nicht. Oh. Komm, Daisy, du kannst bis zum Safen. Ich versuche es doch zu Safen. Oh. Das war aber nichts. Verfliege es. Aus? Oh, das war aus. Ja, war das aus? Das bedeutet, dass Daisy gewonnen hat. Was? Wieso war das aus gewesen? Oh nein, ich glaube, man ist aber ein bisschen zu doll gewesen. Ja, und danke, dass du ihn ausgemacht hast, weil ich wieder gewonnen hat. Und Gott sei Dank ist mein Säger noch geblieben, sonst hätte ich bald nur einen Säger gehabt. Ja, seht ganz schön aus. Und wie immer hat die zweite Runde an Daisy gemalt. Ja, seht ganz schön aus. Aber komm, Rosalina, es ist doch nicht vorbei. Nicht vorbei? Ja, heißt das, er war, das ist bald die letzte? Ja, die letzte Runde bei dem Markt. Und da, wenn wir es im Haus finden und sehen, wer gewinnt. Wer ist Daisy oder Rosalina? Hast du das gehört, Rosalina? Das kannst du noch Safen. Bestimmt war, Rosalina, sie. Na, wenn ihr sehr gut oder was? Vielleicht. Na, okay, du hast Nadine erinnern genommen. Jetzt bin ich es, sie erinnern zu nehmen. Und ich glaube, ich nehme die Nadine erinnern an. Ah, du hast jetzt die blaue Erinnern genommen. Natürlich, weil blau ist meine Lieblingsfarbe. Okay. Und hier sind das die WSB-Ans. Daisy. Ja, ich bin hier wieder her. Genau. Genau, hier bin ich, die Wundersöhne Daisy. Na gut, wenn du auch Wundersöhne bist, bin ich die Wundersöhne Rosalina. Ach so, bitte, machst du mir alles nachzuhreden? Na, was denn? Ich bin doch auch Wundersöhne, oder etwa nicht? Äh, na ja. Genau, ich finde, Rosalina ist doch viel schöner als Daisy. Was hast du gesagt, Opa Saf? Gar nichts. Na ja, egal, gehadet. Es ist halt, dass sie es halt als Bier machen. Ah, und hier kommt's. Der letzte kam bei den süßen beiden. Wer sagt das? Rosalina oder Daisy? Natürlich, wer das ist. Pass auf. Gut, aber ich werfe auch sehr gut. Oh. Ah. Siehst du, der war gut. Ja, wir sehen's. Dann erst eine Pumpe des Daisy. Ja. So, hier kommt's. Da. Oh, nein, der Sender. Hier steht es jetzt 15 zu beide. Miss. Ja, gut so, Rosalina. Danke sehr, warum ist sie? Alles nur, was ich daneben nicht gesehen hat. Na ja, egal. Wer kriegt jeden Fall den teils in dieser Punkt? Natürlich, wer das ist. Aber dieses war nicht meiner Tag in Egal. Aber guck mal, ich meinte jetzt in der Punkt. Hab es jetzt. Ja, sieht ganz schön aus. Daisy. Hm. Und hier kommt's wieder gesaust. Sag mal, Daisy, wer für den Ballwerk ist extra? Ach so, Valoisi, was hättest du da? Natürlich nicht. Ich hab sogar einen frohner Sinn zu. Hm. Wenn du das siehst. Ja, sag mal. Ha-ah. Und hier nochmal. Ha-ah. Oh, Mann, Rosalina, sagst du? Ich hab eins nach getroffen. Oh, nein, Rosalina. Keine Sorge. Wenn das Säger-Babau ist, hab ich bestimmt nur einen Säger, oder? Ja, sieht ganz normal aus. Das Bierbeißes. Ha-ah. Gut. Wer sagt das? Natürlich, wenn er es bestimmt ist, ja. Das war wohl nicht, Rosalina. Ja. Ein in den Punkt. Hm-hm. So, der Seitenwechsel kommt jetzt. Ich hab wieder jetzt den Ball. Komm, Rosalina, das willst du doch schaffen. Okay, okay, Valoisi, du musst mir immer nicht so sagen. Okay, okay. Okay, ich will es nur dir sagen. Aber guck mal, hier ist wieder mal der fünfte Punkt an Daisy. Genau, das ist Hedid. Weiter geht's. Ja, kommt der Ball. Okay. Oh. Ah. Na ja. Daisy, der ist sehr und was. Oh, nein, 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 nein. Oh, das war noch knapp. Sehr gut. Oh, nein. Das war aber neben mir, sonst. Wieder mal sie das Fimsel zu Fimsel. Ich dachte, du das saß, Totteletting. Ah. Ah. Der Stern, wo ist der Stern? Ich muss auf den... Hat man. Ah. Wow, gute Mofu, Selina. Ja, danke sehr, Valoisi. Immer alles, ja. Hier ist mein 13er Punkt. Und wie immer, Kiki, ist der 13er Punkt. Ja, sieht ganz schön aus. Ja, uff. Haia. Ach, seht ihr, der Boden... Der Ball muss ganz nah im Boden gewesen sein. Vielleicht kann er da wohl liegen. Wenn du das sagst, Pils, dann kann es stimmen. Ja, und da so ist es ja, hat Daisy wieder den Punkt. Genau. Oh, habt ihr das gehört? Ich habe wieder einen Punkt. Äh, warte, meine Fernseher noch da. Äh, oh, das war knapp. Äh, oh. Achtung, Daisy. Hier kommt meine Attacke. Was? Oh, das war wieder ein Aus. Oh, danke sehr, Rosalina. Ich habe es doch wieder gesagt. Also, das gibt es denn nicht. Warum hast du einen ausgemacht? Ich weiß das doch nicht. Ich glaube, meine Attacke war nicht so gut. Ja, aber trotzdem ist es jetzt so, dass es jetzt vorbei ist. Sieht auch nicht sehr. Der Gewinner von Mario Tennis ist Daisy. Ganz genau so hätte es es ja auch. Ich muss alles nur bei dir bedanken, Rosalina. Wenn du keinen ausgemacht hast, wäre das alles nicht passiert gewesen. Oh, Mann. Ist das nicht so, Glauben ist. Aber Kopfball, Rosalina. Das war nur das Beste zu geben. Du warst auch sehr gut gewesen. Danke, Pete, dass du das sagst. Ja, ich finde das auch sehr. Aber egal, sehr. Da bei Daisy gewonnen hat, kriegt mir zu sehen es von ihr ein Applaus. Applaus für Daisy. Ja, bravo, Daisy. Ja, bravo, bravo. Guck mal, Daisy, ist klasse mit. Nein, hoffentlich ist klasse zu sehr. Ich bin doch noch die Siegerin. Wow, Wunder. Schön gemacht sehr, Daisy. Du hast gegen Rosalina und Mario Tennis gewonnen. War keine Ursache für mich gewesen. Aber trotzdem, Rosalina. Schön wäre es, dass du auch mal Mario Tennis gewinnst. Aber mal habe ich mal Mario Tennis gewonnen. Ich glaube, das war doch bestimmt gegen Pete's. Ah ja, stimmt. Ja, da war noch was. Ah ja, Wunder, Daisy. Das war bestimmt bei dir was. Aber egal, trotzdem. Wenigstens, ihr beide hat trotzdem sein Werk ist genau, wie man spielen kann. Äh, Mario. Ich habe keine Ahnung, was du da hättest. Was ist eine Serie hättest? Na, das ist doch was. Weiß nicht an. Rosalina hatte mal Mario Fußballspiel gewonnen und du bei Tennis. Das ist ja wunderschön, oder? Ja, genau. Das ist ja wirklich wunderschön, was er macht. Na, Daisy, finde ich das auch sehr schön, dass wir es machen? Okay, ja. Das sieht ganz anders. Also gut. Ja, ist doch egal. Wir haben doch sehr gut gemeint, sehr. Ganz genau. Also, ich fand, Fußball war viel besser gewesen als Tennis. Wirklich, Opa Saaf. Was denn? Das stimmt dort, sehr. Na ja, egal, Anne, sehr. Aber jetzt müssen wir allen sagen, wir sehen, dass das Video wieder mal vorbei ist bei BHLH. Von dem Fuß, von dem Tennisbier von Daisy gegen Rosalina. Wir hoffen, wenn wir sehr, dass das Video euch gefallen hat. Natürlich, Sie werden bestimmt dieses Video gucken. Und das hören Sie auch. Bis. Stimmt mal. Mal aus. So, denn sehr. Also, danke, dass ihr wieder hier wart zu BHLH. Ja, und wir werden uns mal wiedersehen, weil nächste Woche ist wieder mal Zeit für ein nächstes Video bei BHLH. Ganz genau. Ja. Auch wieder auch nicht, ja. Wenn das Video ausgefallen ist, dann sieht den Daumen hoch. Ganz genau, was Todd sagt. Daumen hoch. Daumen hoch. Daumen hoch. Okay. Na ja, wir haben jetzt genug Gehäte davon. Jetzt will sie sagen, dass Daisy jetzt die Kammer ausmacht, weil sie gewonnen hat. Aber wir sagen erst noch alle noch zusammen, leb wohl bei BHLH. Bis zum nächsten Mal. Ganz genau, Tate Lette. Bis zum nächsten Mal bei BHLH. Ganz genau. Auf Wiedersehen. Ja, bis bald. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ganz genau. Auf Wiedersehen. Ja, genau. Ja, auf Wiedersehen. So ist es auch. Auf Wiedersehen. Für mich ist es für Todd. Ganz genau. Und bei Daisy. Auf Wiedersehen. Also, wenn es hilft euch, wie es da geht, mach ich die Kammer aus. Nur der Gewinner macht die Kammer aus. Also, mach ich das für euch. Hopp. Vielen Dank.